Gute, Benni Freilinger hier vom Lagerverkauf Freilinger in Gießen. Mittwochabend, Angebotstag hier bei uns im Laden. Wir haben wieder richtig geile Ware an Land gezogen hier für euch. Geramont Käsetüten aus Frankreich, 10 Euro. Hammerpreis, ihr wisst Bescheid. Du darfst hauchfeine Salami, 80 Gramm, 29 Cent. Die kostet über 2 Euro, wir machen 29 Cent. Hier, Wolf Original Thüringer Zungenwurst, 250 Gramm, kostet auch 2, 3 Euro, 59 Cent. Hertha Grillschinken oder hier Schinken mit Pfeffer, kostet über 2 Euro normalerweise, 1 Euro die Packung. Hier aus Lich von der Firma Müller die sehr guten, das haben wir hier, die Bauernwürstchen, Grob, Domstädter und Rhönjäger. Sowas kostet 2,89 Euro. Ihr bekommt sie bei uns für 1 Euro. Das sind wirklich richtig gute Würstchen, Top-Qualität, sehr hochwertig, 1 Euro nur. Ebenfalls aus der Region von der Firma Stumpf aus Buseck die Heinrichs Pizza-Fleischwurst oder die Käse-Kräuter-Fleischwurst. 250 Gramm statt 3,29 oder sowas machen wir 1,49 Euro. Schinkenwurst, also Schinkenteewurst, grob 250 Gramm. Ihr kennt die Ware. Normalerweise 2,89 Euro. Auch halber Preis 1,49 Euro. Wiener Würstchen, ungleiche Längen oder Bockwurst, ungleiche Längen haben wir da. Kilo Preis circa 3,50 Euro. Plus minus paar Cent ist immer unterschiedliche Größen und Gewichte. Aber Top-Qualität. Ihr kennt die Ware. Ebenfalls von der Firma Wolf gibt es hier Frischwurst-Endstücke, Anschnitte, wie auch immer. In allen möglichen Sorten. Hier Blutwurst, Paprika, Leona. Es gibt Leberkäse und noch viele Sorten. Kilo 3,50 ungefähr. Der Knaller des Tages. Derigold Streichzarte Butter gesalzen. Statt 3,29 Euro 1 Euro. Hier machen wir Maximalabnahme pro Einkauf 20 Stück. Proteindrinks von Aala. Vanille. Dann haben wir Himbeer oder Schokolade mit 25 Gramm Protein. Sind sehr lecker. 1,59 Euro. So, es wird süß. Es wird süß. Maitre Truffaut. Himbeer-Schokoladentafeln. 29 Cent. Wir haben hier Twix Salted Karamell. Kurzes MHD, aber kein Problem. Ihr könnt die noch aufheben. 49 Cent. Wir haben hier eine Naturkind-Schokolade. Schweizer Schokolade. Zartbitter. Die sind richtig teuer normalerweise. Machen wir 69 Cent. Es gibt Katjes Vegan. Diese kleinen Schokoladen hier machen wir 39 Cent. So, weiter. Was haben wir noch? Ja, geht's weiter hier. Superfood Bio-Reis-Mix. 1 Euro. Mit, was ist das hier? Barilla-Nudelsauce mit Datteltomaten. 300 Gramm machen wir 1,29 Euro. Es gibt Barilla-Rote-Linsen-Fosilis. 250 Gramm statt 249, 1,29 Euro. Italienisches Mehl-Typ 0,0 Euro. Das ist das beste Mehl für die Pizza. Da habe ich mir sagen lassen von den Fachleuten. Pizza-Bäcker, wie auch immer. Die kosten normal 1,99 Euro. Wir machen 69 Cent. Hier, Superpreis, Nescafé Gold, Eiskaffee, Eislatte, Eis-Cappuccino. Normalerweise kostet sowas 2,99 Euro jeweils. Wir sind wieder reingekommen. Kinderriegel mit der schönen Sammeltasse mit verschiedenen Motiven. 6,99 Euro. Auch sehr gut. Jakobs Cappuccinos in verschiedenen Sorten. Bailey, Vanille, Schokolade. Und was gibt es noch? Klassik, glaube ich, auch. 1,99 Euro. Dann ist hier der Hochwald Eisschokolade reingekommen. Die schmecken auch im Winter. Sind sehr lecker. 24 Dosen. Kostet normalerweise 17,99 Euro. Machen wir 7,99 Euro plus Pfand. Und hier die Coca-Cola Zero haben wir hier. 18 mal 0,33 Liter Dosen. Die haben Ende diesen Monat Datum. Hier machen wir für euch einen Preis 2,99 Euro pro Kiste plus Pfand. Schlagt zu, ihr Leute. Das waren unsere Angebote für die Woche im Laden. Es kommen natürlich hier jeden Tag noch viele neue Artikel rein. Gerade im Kühlwarenbereich ohne Ende Ware. Und ihr spart richtig Geld. Denkt dran, so eine Käsetüte hier, die kostet im Handel immer über 20 Euro. Ihr kriegt dafür 10 Euro die Woche bei uns. Und auch in unseren Online-Shop reinschauen. Auch täglich sehr spannende Angebote. Ihr Lieben, Lagerverkauf Freilinger, Gießen-Marburger Straße, 127. Wir sind da Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, euer Benni.